Das Spiel fängt gleich an. Da ist Tom. Der Mann ist ja so schön. Ich bin für Bonkowski. Das wissen wir. Wir haben deine Gronk-Erotika gelesen. Das sind keine Erotika, das sind Fanfiction. Sexy Fanfiction. Habt ihr dieses langweilige Leben nicht satt? Lasst uns zum Superbowl fahren. Der Superbowl ist doch aber nicht so vier alte Weiber. Das könnte der letzte für Tom sein. Er ist fast 40. Das ist 80 in Menschenjahren. Wir sind 80 in Menschenjahren. Ich muss diese Reise unbedingt machen. Ich passe es nicht, dass wir tatsächlich hier sind. Ich nehme mir den hier mit. Der ist schnucklig. Sie haben also keine Tickets? Wie viel für vier Tickets? Zehntausend. Zehntausend? Ich habe ein Zwanziger an meinem Strap-On. Das ist aber eine Bauchtasche. Wenn man sie so trägt, ist es ein Strap-On. Es ist so schön, Sie kennenzulernen. Wie schön, als vergeht doch nichts. Triss? Ich habe nicht geflirtet. Er schon. Hier kann man ja so viel tun. Wir könnten auch die Tickets gewinnen. Das ist ein Wettessen mit scharfen Soßen. Der Schmerz beginnt. Was Scharfes könnte nicht schaden. Die kenne ich. Wenn Sie umkippen, wen rufe ich an? Ein Rettungswagen? Au! Wenn du das gemacht hast, damit wir was erleben. Oh, hi. Schatz, dann war es ein Erfolg. Nehmen Sie uns vielleicht mit rein? Folgen Sie mir! Das sind meine Tänzerinnen. Beweist es. Was für Dance-Moves haben Sie drauf? Den Twist. Den Jerk. Los geht's! Break! Gronkh. Hi. Wie groß Sie sind. Danke. Hat man dafür nicht Freunde? Um alles gemeinsam durchzustehen? Na los, Golden Girls. Kommen Sie mit. Nichts wie rein. Los, jetzt nicht. Nein, I'm all right. Nein, nein, nein. Was soll das? Nein, 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 nein. Machen wir sie fertig. Oh mein Gott, das ist Tom Brady. Die sind lecker. Sehr lecker. Aber Vorsicht, sind hochdosiert. Hochdosiert? Entschuldigen Sie bitte, aber ich suche jemanden. Ist alles okay? Ich bin Gai Fieri. Ich bin Gai Fieri. Vielen Dank.